Hallo Freunde der Modelleisenbahn, der Güterzüge im Allgemeinen und der Spielerei mit Farbe im Besonderen. Ich stelle euch heute mal einen kleinen Güterzug vor. Mit von der Partie ist 216-221-2. Die wurde von Andi Bofrost, einem Facebook-User, umbenannt und auch gealtert. Des Weiteren sehen wir einen PWG. Dieser hat Bekanntschaft mit Wasserfarben gemacht. Einen GS, ebenfalls mit Wasserfarben gealtert. Einen GRS, keine Ahnung, wo der Unterschied sein soll. Einen KLS, ebenfalls mit Wasserfarben gealtert. Einen Schweizer Güterwaggon. Auch hier wurden Wasserfarben zum Einsatz gebracht. Und noch einmal einen GRS. Hier verlässt jetzt die 216 den Wetzlarer Bahnhof. Hier sind wir jetzt bei Kilometer 11,4. Bei Kilometer 16,6 kommt der Zug aus dem Dünsberg-Tunnel vorbei am Stellwerk Wetzlar-Ost. Und hier kämpft sich jetzt die 216 den Berghoch zwischen Solms und Wetzlar. Und vorbei am Bahnübergang Bodenfeld in Richtung Wetzlar Bahnhof. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Grüße aus Wetzlar. Grüße aus Wetzlar.